ja hallo guten morgen erst mal vielen dank für die vielen positiven kommentare die mich zu meinem gestrigen video erreicht haben ja und tatsächlich die fragen waren ja wie hast du das gemacht was hast du benutzt wie funktioniert das darum habe ich mich auf die schnelle entschlossen gleich mal ein making of video hinterher zu schieben um da die fragen einfach ein bisschen zu erklären und dann steht es auch schon bei youtube und man kann sich mal wieder angucken ja vielleicht kurz zum konzept des ganzen ich wollte das ganze eigentlich in form eines live streams aufziehen habt ja auch mal so einen kleinen internen versuch mit ein paar kollegen gestartet und da hat man dann festgestellt dass das ganze doch bei meiner begrenzten upload rate hier ja noch weitere untersuchungen bedarf bis es wirklich funktioniert und so ein live stream hat ja auch immer ein bisschen die gefahr dass wenn man was versemmelt dann kann man es nicht mehr zurückholen sozusagen ist es draußen gehört dazu ist die bühne ja aber jetzt setze ich das konzept hier erstmal um produziere quasi live die videos hier und lade die dann zu youtube hoch mit den inhalten eben die ich präsentieren möchte hat den charme dass man natürlich auch zwei mal was probieren kann oder zur not auch mal hinterher schmeißen schneiden kann die aufnahme schauen wir mal wie das funktioniert zu den inhalten ich möchte technik konzepte präsentieren und einfach wie dinge miteinander funktionieren und ich will mal sehen wie das funktioniert aber jetzt mal hier zu meinem kleinen sende setup sage ich mal oder aufnahme setup wir fangen mal an mit dem bild bild ist ganz simpel ich werde jetzt hier aufgenommen von meiner webcam die ich auch natürlich in corona zeiten für diverse videokonferenzen benutze ist eine einfache logitech kamera ich glaube die 920er funktioniert ganz gut hat auch eingebaute mikrofone aber auf die verzichte ich hier jetzt natürlich aber für die videokonferenzen völlig ausreichend die zweite kamera perspektive dafür nutze ich hier rechts über meiner schulter eine meinen alten camcoder ist ein alter panasonic der hat zwar ein usb-anschluss um die videos zu übertragen die aufgenommenen auf den rechner aber als live bild lieferte nur ein hdmi dieses aber netterweise das ist ja wichtig ohne einblendungen wenn man den monitor nach vorne dreht und ich habe mir dann einfach bei ebay für 12 euro einen hdmi zu usb umsetzer gekauft und siehe da ich habe eine zweite webcam hier mit dem großen vorteil bessere lichtstärke und auch zum funktion das war dann gestern der der blickwinkel auf das mischpult genau soviel zum bild dann zum ton ton nutze ich hier wie man im bild sieht mein großmembran mikrofon das ist ein altes rode allererste serie noch zu demax zeiten gekauft da haben schon einige leute reingesungen jetzt kann ich hier nutzen für den postcast um einen vernünftigen sound zu bekommen das ganze geht ins mischpult vom mischpult dann eben über die eingebaute soundkarte vom mischpult in den rechner und ganz wichtig wie man hier sehen kann ich nutze hier meine in-ears meine bühnen in-ears die dieses jahr noch nicht zum einsatz kamen dafür kann ich aber natürlich die monitore auslassen was natürlich gut ist für den sound der letztlich bei euch ankommt und nun zum fluss zum wichtigsten das ist die software die ich nutze ich habe sie einmal eingeblendet als bildschirmeinblendung das ist obs open broadcast software hier auch der link ich setze dann auch noch mal die video beschreibung rein und man hat ja natürlich das ist das vorschaufenster diesen lustigen video rückkopplung effekt wenn man sich das video selber aufnimmt aber ganz kurz erklärt ich habe hier die szenen die vorbereitet habe hier auch eben durchgeklickt da bin ich beim punkt software da sind immer die quellen der einzelnen szenen drin hier habe ich meine meine texteinblendung mein mikrofon das video aufnahmegerät und eben die bildschirmaufnahme des rechners und hier rechts ist dann die ausgabe was passiert damit hier ich mache gerade eine aufnahme ich könnte aber auch stream stand da sind meine youtube daten hinterlegt und das ganze würde dann direkt bei youtube landen so viel in aller kürze die software kann man wirklich nur empfehlen ist wie gesagt kostenfrei und die einarbeitung geht auch ganz gut von starten da gibt es ein paar ganz gute tutorials bei youtube da habe ich mich so durch die ersten drei vier durchgekämpft an einem samstagnachmittag und jetzt kann ich die dinge die ich machen will eigentlich schon erledigen wichtig vielleicht noch dazu ich habe mich in der auflösung etwas beschränkt auf 720p framerate bin ich auch auf 24 bilder pro sekunde zurückgegangen ist ja auch nicht wichtig für die sachen was ich hier mache wir machen ja keine sport videos und auch keine gaming geschichten das spart aber einfach ein bisschen speicherplatz und ich hoffe auch dass das mit dem senden dann vielleicht auch einigermaßen also wieder mit dem live stream dann einigermaßen funktioniert in zukunft so viel dazu und dann auf wiedersehen und ich wünsche euch eine schöne woche